Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen wieder Sherlock Holmes und ja mal schauen wo der Fall uns hinführt. Albert erzählt uns über die Tragik-Death von Mr. Dunn. The late director of Kew Gardens. Tragik indeed. His heart attack was quite unexpected. Would you unlock the doors for us? Do you expect to find the stolen plants there? I am sorry but those rooms are private. Thank you Mr. Hamish. We gucken uns noch weiter um bevor wir zu Scotland Yard gehen. Denn irgendwo muss ja noch eine Statue sein von dem das Bruchstück abstand. Jetzt, boah, diese Steuern macht mich manchmal echt Kürre im Kopf. Schon wieder eine Karte. So, das müsste dann verschlossen sein. Locked. Diese Steuern. Locked. Seed house. Saathaus. Okay. Oha, da guckelt jemand. Aber da gehen wir gleich hin. Da gehen wir gleich hin. Dann... A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. Warum ist sie dann aus? A water tank. Alles seltsam Das ist ein Zeichen. 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 Warum würde jemand so etwas in den Feuer legen? Das Zeichen für die Kolonialen und die von der Feuerpläce sind aus dem gleichen Materialien. Da versucht jemand was zu vertuschen. A protective mask. Da versucht jemand was zu vertuschen. Das ist ein Zeichen. Die Zwerden wurden rechtzeitig verletzt. Einige haben nicht komplett verletzt. Einige haben sie verletzt, aber es hat nicht verletzt. Ja, ja. Oh, Wüstenhaus. Kann ich mir auch interessant vorstellen. Ein paar Kakteen. Sag ich ja. Oh. 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 Das sieht nicht schlecht aus. Das sieht nicht schlecht aus hier. Der erlöschen hat es. Genau. Der herf organiert. Griechenhaus. Und wir... Da suchen wir die Leiche. Äh... So... Hmm... I asked Inspector Lestrade to take Montague Dunn's body to Scotland Yard. It's ready for autopsy then. It's ready for autopsy then. Hey... Gerade eben bringt mich dieses Straum zum Ausrasten. This watch is of great value. A membership card for the London Crest Club. Okay... A beautiful feather pen of a good make. Werter Mr. Wayne. Ihr Plakat für die Großaussteller in Kyugans sind wundervoll geworden. Allerdings ist es wohl nicht nötig die gesamte Belegschaft zu erwähnen. Nur... Mein Name ist ausreichend. Was? Was ist das was für ein Wichser? Was? Immer diese Möchtegarten gehobenen Leute, die ja Lob nicht teilen wollen. Äh... Okay. Okay. It's done. First of all, let us carry out an external examination. There are no suspicious marks upon the chest. Let us finish our external examinations so that we can proceed with the autopsy. No redness, stings, or bruises. nothing suspicious there is an injury to the skull most probably caused by the fall in the waterlily greenhouse the air from the lungs carries a faint floral aroma hmmm ii hat aber dem an der nase gerochen the vessels and the pupils of the eye appear quite normal now let us examine the internal organs ok wer hat da gefiffen oh ok the lungs are congested and edematous the tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged most probably caused by toxins from an unknown plant ok the heart's blood vessels show no pathological signs the heart tissue shows no visible pathological signs the liver is enlarged it would seem that he was suffering from an alcohol addiction the liver tissue is brown there are no visible pathological signs the stomach tissues show no visible pathological signs there is a small amount of content it appears that he breakfasted lightly only a short while before his death vor allem das geräusch wenn die das wieder zurücklegen bah suspicions have been substantiated montague dunn the director of kew gardens died from poisoning plant poisoning to be more exact you mean you mean yes it is murder we should inform the strat yes 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 but do remember watson that i discovered the murder the challenge is mine the challenge homes we need to locate that deadly plant such a perfect murder appeals to me murder of any kind appeals to you is that all we need to do no no we also have the people working at kew gardens martin hamish and the son of the victim albert dunn and also miss white of whom we spoke with mr hamish should we bring them all here for interrogation no a few innocuous questions at kew will suffice as well as a discreet delve into their personal affairs yes watson it is time now to open the doors even those in the staff building i suppose that is necessary we should also be concerned with the victim himself after all we don't know very much about montague dunn you're enjoying this already aren't you more than a little ok 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 wo ist jetzt das andere hier unten hin das sind die zwei die noch kommen die ganz gestorben wurde finden sie die pflanzen mit der montague dunn getötet worden oder so ist jetzt das gebäude ok hier wir nutzen jetzt einfach mal das hier das wird sehr interessant das wird sehr interessant das wird sehr interessant im ladesqueen gibt es sehr kleine ruckler wie ich gerade mitgehe hier seltsam aber nur im ladesqueen wer weiß so dann tut mir leid schauen wir uns erstmal ganz kurz hier um halt die klappe runter wir reden erstmal mit dem ok 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 wer hat das schon ok 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 ist ihr da sicher Indeed? Well, that is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead. But in actual fact, Mr. Hamish only has the honor of being the Garden's longest serving employee. In fact, if we are to think logically at all, it should be me who takes over the management of Kew Gardens. Do you not have a good relationship with Mr. Hamish? I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens. And I cannot say that I share his passion. I see. And how was his relationship with your father? Oh, he hated my father. It was obvious. He would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the newspapers or at conferences. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. But my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone. Dismissively. With indifference. He was a good guy. Yeah. I have. He was. He was. He was. He was. He was. He was. And he was. He was. Da wissen wir doch schon mal Bescheid, dass der eine Dulli ein Arsch ist. Hä, wo renne ich denn jetzt da hin? Ah, ok, da ist er, die Uschi! Ab ins Samenhaus! Ey, Watson, was ist mit dir los? Bist du scharf auf der Eilte? So wie du hier los sprintest? From here, we are unable to see the interior of the Colonial Collection Room. A book about ships, nothing at all to do with plants. Materials for college study, they belong to Albert. These leather gloves are new and of good quality. They do not appear to have been used. This place serves as Alberts office. Okay. Alter. Diese Fenster müssen aber morgen geölt werden. So Uschi, was du uns zu sagen hast, erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dann, bleib entspannt, genießt den Tag und bye-bye! Bist du scharf auf der Eilte? We're on your first one, whatever they were. Like and share. Vielen Dank.